Für mehr Lebensqualität, Villagasa, Euer von Marktwohnlegentum, mein Name ist Markus Gerber. Ihr wollt eine ruhige Wohnlage. Hier seid ihr näher von der Spiezenbucht und 500 Meter von der Bösshausstelle, die der Böss direkt zum Spiezenbahnhof hochgeht. Eine Dreialbzimmerwohnung. Erdgeschoss, eigene Waschküche direkt neben der Wohnung. Die Wohnung wird komplett neu gestrichen. Neue Bodenbelage, Küchengeräte, Wäschmaschine und Tömber werden auch neu ersetzt. Für eure Lebensqualität stehen wir euch sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Deirer Christian Deine Christian Den Haaraná ường Leide desothesis Drei Untertitelung des ZDF, 2020